So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video, wie man die nächste Stufe, also die dritte Stufe, dieses Skins hier, des Prisoners, freischaltet. Und zwar müsst ihr, müsst ihr zu diesem Stein hier, den wir gerade markiert haben, gehen. Und da ist ein neues Lagerfeuer erschienen, was vorher halt nicht da war. Also das sieht man auch auf diesem einen Banner, das gelegt wurde oder so. Und da müsst ihr halt einfach dran gehen. Und das halt aktiv, das zeigen wir euch gleich. Wir haben es gerade nicht geschafft, weil es anscheinend nur eine Person im Spiel machen kann. Es kann nur einer schaffen. Ja, und wir zeigen euch das einmal kurz. Es geht leider, so wie ich es mitgekriegt habe, nur an diesem Lagerfeuer. Ich habe das an einem anderen Lagerfeuer versucht und das ging nicht. Da, bam, dann haben wir die nächste Stufe. Wenn ich versuchen mache, geht nicht, ne? Ne. So, geht das aus irgendwann? Vielleicht löscht ich das, wir können ja kurz warten. So, so könnte man die nächste Stufe. Es geht nicht an einem anderen Lagerfeuer. Oh, da. Es geht. Sollen wir den hacken? Das heißt, das Lagerfeuer geht aus. Okay, tut mir leid. Das heißt, es kann jeder machen. Ihr müsst nur kurz warten, bis es ausgeht. Ihr müsst natürlich den Skin dabei haben. Und, ja, und dann hinlaufen. Hier hinfliegen. Das ist hier auf der Map. Also, hier ist dieser Eisladen. Keine Ahnung. Auf diesem Berg ist es hier oben drauf. Über Paradise direkt. Ihr könntet das machen. Viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und, tschüss.